Jungs, vor vielen Monaten hatte er ein junger Rage, ja eigentlich nicht so, ist er erst ein paar Monate her, jedoch hatte er einen Traum. Er wollte Thunderfury holen, das wohl bekannteste Schwert in ganz World of Warcraft und heute ist der Tag soweit, heute wollten wir uns fucking Thunderfury holen. Ich bin hier gerade an der großen Schmiede in Eisenschmiede und wir brauchen für Thunderfury beide Fesseln des Windsuchers, ich hab sie. Wir brauchen für Thunderfury die Senses Feuerfürsten, hab ich auch und wir brauchen 10 verzauberte Elementiumbahnen und die werden wir uns jetzt craften. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, einer von 10. Und seid ihr bereit für die restlichen 9... 10. Jetzt ab nach Silifus, die Quest abgeben. Jungs, schon bald werden wir eine legendäre Waffe in der Hand halten. Um euch zu sagen nochmal, wie viel mir das bedeutet, ich habe dieses Schwert ein halbes Jahr lang jetzt schon gefarmt. Hier steht der Hochlord Demitrian. Schönen guten Tag. Und jetzt werden wir gegen den Gott des Donners persönlich kämpfen. Prinz Donneran, der Windsucher. Schwach. Blummernde, vom Wind berührte Klinge. Ich flehe euch an, verschont mich. Nehmt, nehmt die Klinge. Lasst Demitrian sein erbärmliches Leben noch einmal neu angehen. Donnerzorn, gesegnete Klinge des Windsuchers. Die Vorlage. Und das Schwert. Donnerzorn, gesegnete Klinge des Windsuchers. Oh. Wunderschön. Schaut es euch an. Jungs, wir haben die Vorlage gesammelt. Und können sie jetzt auf jede Waffe drauf transmorgen. Donnerzorn, gesegnete Klinge des Windsuchers. Und schaut einmal den Effekt, wenn wir fliegen. Blitzstrahle kommen aus uns rausgeschossen. Jede einzelne Minute hat sich gelohnt. Unser nächstes Legendary, das wir farmen werden, wird Sulphoras, Hand von Ragnoros. Ich werde mit euch jetzt jede Woche im Stream Ragnoros killen und versuchen das Auge von Sulphoras zu bekommen. Peace. Ich werde mit euch jetzt auf jeden Fall sehen, dass wir uns 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 auf jeden Fall sehen. Bis zum nächsten Mal.